Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare und nach dem Leopard 2 6a will ich euch den nächsten großen Brummer bei Armored Warfare präsentieren und zwar den M1A2 Abrams natürlich eine der Ikonen im derzeitigen Panzerbau da braucht man gar nicht drum herum reden natürlich nicht so schön wie der Leopard aber hat natürlich auch eine große Fangemeinschaft und das zurecht auch das muss man ganz klar neidlos anerkennen ein schmuckes Ding wir schauen uns hier nochmal die Daten etwas genauer an natürlich ein Kampfpanzer das ist ja eh klar und der M1A2 ist ein amerikanischer Kampfpanzer der gegenüber dem M1A1 mit einigen Upgrades auftrumpfen kann darunter verbesserte Steuerung Kontrollanzeigen Computersysteme Panzerung und eine verbesserte Übertragung die Produktion dieses Fahrzeug begann 1992 dem brandneuen M1A2 Modellen wurden einige M1 auf den neuen Standard gebracht ja wir haben 565 Schaden 592 Durchschlag der anhaltende Schaden knapp unter dem Leo der war bei 4000 noch was der Schutz ist in Ordnung die Geschwindigkeit auch da war der Leo eine Nuance schneller aber unterm Strich ein schönes Ding und den schauen wir uns jetzt im Spiel an so da sind wir also am Connecten Karte Kalter Stahl wir sind hier mit unserem 9er natürlich wie soll es auch noch sein aktuell höchste Tierstufe im Gefecht also Top Tier mit 8er und 7er sogar beim Gegner wir haben keine 7er also von dem her leichte Vorteile auf unserer Seite zwei Artis in dem Spiel da muss man direkt einen Blick drauf haben nicht dass man da gleich rausgenommen wird und jetzt schauen wir doch mal wie der Panzer sich so schlägt da oben kommt schon Verstärkung werden gleich abgeseilt dann läuft es rund natürlich klassische AP bzw. Heat Granate man sieht die Heat macht ein wenig mehr Schaden dafür weniger durchschlag also so tendenziell könnte man die gut verwursten für die artis oder die leichten und jetzt muss ich mich noch gerade überlegen wo ich hinfahre ich hoffe mein team zieht darüber dann kann ich hier da bitte ich fahre hier den Weg der am steinigsten ist 3176 Hit Points ist natürlich schon eine Nummer zack runter geht es auch in die Straße rein von da kann noch nichts kommen ihr seht ja mein team ist ja auch ich bin dann hier ordentlich am fahrn so das gebüsch lassen wir auch mal liegen so ich freu es jetzt hier mal bin ich bin nicht aufgegangen sehr von Vorteil dann leopard 2a6 nicht leicht zu doch schlagen der bursche von dem her muss ich da jetzt ein bisschen aufpassen aber ich hoffe mal mein team macht er das einigermaßen bisschen zurück da ist einiges ja komm schon kommt nochmal auf er seht da ist viel an gegnern ich hoffe ja mal dass die da drüben nochmal aufgehen aber sieht nicht so aus also von dem her orientiere ich mich wieder auf die da vorne um da habe ich schon Hit bekommen hat schon weh getan es ist echt schwierig hier gerade das modul zerstört aber leider keinen schaden dabei angerichtet ziehen wir einfach mal schießen wir auf die kette kann ich auch so hauptsache mal so ein bisschen was an Hitpoints hier runterziehen den jungen und mädels es ist schon einiges hier los der leopard sollte sich zurückziehen und hinter uns kommen jetzt auch schon ersten wollte er das gleiche machen wie ich und und wenn scheinbar also frontal jungs was ist denn los war das komplett einmal komplett zurück der nächste auch wo kannst du jetzt her du weißt ja gerade doch da nämlich wo du jetzt gerade warst sehr komisch knapp dahinter so den habe ich noch mal gut gegeben naja und da habe ich jetzt gut bekommen aber als hinter uns sind das ist ja kein wunder kurios was meine teammates da machen aber ihr seht schon es ist hier eine wirkliche panzer schlacht gerade naja turm drehen sollte man es vielleicht in der in dem augenblick nicht da habe ich ab bin ich abgeprallt noch mal abgeprallt ja und da wurde ich jetzt natürlich rausgenommen schade schade aber da war ich ein bisschen überrascht gebe ich auch ganz ehrlich zu hat man auch gemerkt dass auch einmal da die gegner von hinten in der massiven weise aufgetreten ist weil irgendwie hatten wir dann hier aber sowas von deutlich die überhand gegenüber gegen uns hat der typ schon fünf kills hat er denn für ein ding ist ja auch interessante kanone auf jeden fall schauen wir uns doch dem an hat fünf kills aber wieder das schafft hat mal mit dem schaden gerade eben am leo ware das nicht überzeugen vielleicht gut abgestaubt sieht man ja ich habe ich würde mal annehmen hat gut abgestaubt vielleicht hat er auch die beiden artists vom gegner geholt so und jetzt hat auf einmal dann leo neben sich und jetzt muss er hackengas geben was macht er denn das hat er natürlich hier schwierig weil ja aber er macht es nicht schlecht muss man ja eben lassen wo der war gut der war echt gut schade hat er gut gespielt ohne frage dann müssen wir gleich mal im endscreen sehen was der hier so angerichtet hat also besser verkaufen kann man sich glaube ich nicht als er jetzt gerade meine runde war jetzt nicht so überragend aber naja ihr habt ja gesehen in ermangelung der möglichkeiten muss man sich auch ab und einmal mit dem zufrieden geben was einem so gegeben worden ist und erst war es da oben völligst überfüllt und alles drum und dran ich habe 2333 schaden gemacht damit kann ich eigentlich ganz gut leben sieht man spät drei assists und ich bin ja vom schaden auch auf platz zwei im team gefahren von den xp auf platz 5 und call me paul 6200 schaden wirklich nice ja da würde ich sagen kann ich mich jetzt nicht so groß beklagen es lief recht rund auch wenn wir verloren haben aber das kommt ja leider in den besten familien vor vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer karamba